Servus Leute und willkommen zurück zu Tropico 5. So, wir sind kurz vor der Unabhängigkeit. Ich trinke mal kurz einen Schluck, Moment. Hätte ich in der Aufnahmephrase auch machen können. Ach, weilige. Frische Flasche, Entschuldigung. Prost. Sonst trockne ich hier nämlich noch aus. Das wollen wir ja auch nicht. So, gibt es jetzt endlich mal eine Plank... Ach, guck mal, Planken. An die Schmuggler. Schick mal mal ein Schiff rauf. So, die Handelsrouten fallen dann blöderweise weg, wenn man jetzt ins neue Zeitalter übergeht. Glaube ich zumindest. Warum hast du keine Anbindung? Ach so, weil aus unerfindlichen Gründen hier so ein Stückchen fehlt. Ja, dann baut halt hier durch. Mein Gott, stellt euch nicht so an. Hallo? Du hast eine Straßenanbindung. Ich bitte dich. Also, langsam müssen wir aber wirklich die Unabhängigkeit erklären. Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr raus. So. Da kommt dann später eine Straße durch, wenn die ganzen Farmen weg sind. Neun Monate haben wir noch. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach. Präsident! Seine Majestät zeigt sich über ihre Unabhängigkeit. Wir kaufen uns die Freiheit. Denn ich habe leider nicht genügend Militär, um da produktiv was zu reißen. Hätte ich ein Militär vorbauen können, dann wäre das vielleicht gegangen. Aber so nicht. So, ihr seht, es hat sich was verändert. Wir haben jetzt Asphaltstraßen. Und wir sind im Zeitalter der Weltkriege. Das heißt, wir können jetzt erstens ziemlich viel verbessern auf einmal. Seht ihr ja... Äh, das jetzt noch nicht. Das kommt erst im Kalten Krieg. Aber hier zum Beispiel die. Die sind nämlich erstmal wichtig. Also bisher eigentlich noch nicht so direkt, aber es kommen jetzt dann Achsenmächte und Alliierte ins Spiel. Und je nachdem, welcher Seite wir uns eben anschließen, wird das ein bisschen ungemütlich mit der anderen Seite. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich damit meine. So, hier wollen wir mal die Wohnqualität in der Umgebung so ein bisschen erhöhen. Indem wir hier einfach Gemeinschaftshilfe upgraden. Seht ihr ja. Wohnqualität von Wohngebäuden in der Nähe steigt. Wobei das hier hinten nicht sonderlich effizient ist. Aber gut. Und hier haben wir auch Nahrungsqualität steigt um 20. Das ist sehr gut. Die brauchen wir nämlich auch. So, den Rest sparen wir uns mal. Und jetzt schaue ich mal kurz. Wir können jetzt Ja, jetzt seht ihr. Wir können die Baumwolle erstmal an die Achsenmächte verkaufen. Da brauchen wir erstmal 70 Ruf bei den Achsenmächten. Okay, dann können wir das also nicht. Gut. Planken könnten wir einkaufen. Das hilft mir recht wenig. Ich hätte gehen die... Ach, wie der Auffassung geht. Dann können wir das Ding hier nämlich stehen lassen. Dann baut er sich sein Wald wieder selber im Endeffekt. So. Hier können wir leider nichts upgraden mehr. Das ist alles schon soweit. Hier können wir dann anfangen diese Gebäude hier zu häusern zu modernisieren. Da brauchen wir aber erstmal ein bisschen überschüssiges Geld für. Die Verfassung wird dann irgendwann nochmal entwickelt. Was haben wir jetzt hier neu? Die Textilfabrik haben wir neu. Aus Wolle und Baumwolle wird hier Stoff produziert, was auch immer da der Unterschied ist. Ach so. Wolle ist die Schafswolle. Jetzt komme ich dahinter. Oh man. Ich bin auch so ein Pfosten. So, erstmal baue ich jetzt hier hinten ein Restaurant. Ich würde aber gerne wissen wie rum sich das gehört, das Ding. Ich glaube so. Ist auch wieder hier ein bisschen Zufriedenheit. Ach, seriously. Ist auch besser. Das muss ich nur hier kurz mal... Das kommt erstmal weg, weil ich noch nicht weiß. Ja, das Blöde ist, dass dann diese Spuren bleiben. Lass ich das doch da. Auch gut. So. Ach, Quest. Hallo. In Russland hat die große kommunistische Revolution begonnen. Unglücklicherweise mit überragendem Erfolg. Nun gibt es keinen mehr, gegen den sie protestieren können. Deshalb versuchen sie, sie zu exportieren und geben Bruderstaaten wie uns dabei einen Rabatt. Bezahlen sie 10.000 Dollar aus der Staatskasse, um die kommunistische Revolution zu importieren. Nein. Erstmal nicht. Ich weiß halt auch noch nicht, wie ihr entschieden habt. Das ist jetzt die erste Aufnahme noch. Also was heißt, wie ihr entschieden habt, was so die Meinungen bei euch sind, in welche Richtung dieser Staat gehen soll. Wir können ja auch kommunistisch, kapitalistisch, was auch immer werden. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal... dass manche Analysten sagen, für Tropico könne es nicht mehr schlimm. El Presidente versicherte ihnen daraufhin, dass es das sehr wohl könne und auch würde. Diese Radio-Durchsagen, die manchmal dazwischen kommen, sind auch immer recht nett. So, Planken können wir immer noch nicht exportieren. Baumwolle auch noch nicht, wegen den Achsenmächten, weil uns die noch nicht so mögen. Okay, werden wir mal schauen. Restaurant wird gebaut, Kohle wird hier auch abgebaut. Kann ich das eigentlich pausieren, das Ding? Ich kann leider die Produktion nicht pausieren. Das heißt, wir werden jetzt wohl oder übel ein bisschen Kohle verschwenden, bis wir das Kraftwerk erforscht haben. Ich kann aber mal anfangen, so ein paar Mietskasernen zu bauen. Hier hinten, wo die Farmen sind, würde sich das auf jeden Fall mal ganz gut machen. So, wir können jetzt ein Kabarett bauen. Antike Ruinen, die haben wir hier in der Open Geburge, aber nicht. Das braucht nämlich eine auf der Karte, auf der Karte, so antike Ruinenstätte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier irgendwo eine haben. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt durch den Kriegsnebel hier sieht. Ich glaube nicht, ne? Zumindest sieht es gerade nicht so aus, als würde man die sehen. Da gibt es nämlich auf der Karte dann so eine Art Ressource quasi. Ein Kabarett können wir eigentlich bauen. Das ist sogar hier noch hin. Machen wir hier hin, dann haben wir hier vorne noch Platz für den Platz. Wenn wir denn Geld hätten dafür, dass das gerade nicht der Fall ist. Aber gut. So. Wir müssen dann auch mal anfangen, wenn wir Geld haben, die Häuser zu modernisieren, damit uns die Wohnqualität ein bisschen steigt. Sonst haben wir bald Probleme. Jetzt ist nämlich auch Zeitalter der Wahlen im Endeffekt. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Wahlen gewinnen. Bei 62. Jawohl. Unser Gesundheitswesen ist so schlecht, dass wir endlich frei von den schädlichen Einflüssen moderner Medizin sind. Keine Impfung wider Willen mehr. Keine Sender in unseren Zahnfüllungen. Kein hypokratischer Eid, der den schnuckeligen Ärzten verbietet, mit mir auszugehen. Wen interessiert denn schon das Gesundheitswesen? Ich sage, die Radiodurchsagen sind echt nett. Ich hoffe, die hört man. Ich höre sie nämlich recht schlecht, weil mein Rechner gerade so laut lüftet. Aber ihr solltet sie eigentlich ganz gut hören können. Hoffe ich. Zur Not passe ich das halt an. Muss ich sowieso ein bisschen auspegeln erstmal, wie das alles, ob das das alles funktioniert hier. So. 63% steigt also weiterhin. Das ist ganz... Wir, die Anführer der Nation von Tropico, unterzeichnen hiermit die erste Verfassung von Tropico, um damit dem Willen der Bürger Tropicos Ausdruck zu verleihen, alle Gesetze des Staates zu befolgen und die traditionellen Werte, Freiheit, Frieden, Liebe, Freundschaft, Siesta und Schweizer Nummernkonten zu wahren und zu pflegen. Okay. Jetzt können wir die erstmal festlegen. Ich lege die jetzt erstmal selbst fest, weil ich noch nicht genau weiß, wie ihr euch entschieden habt. Wir können die danach wieder ändern. Ich lege die jetzt erstmal auf Demokratie fest im Endeffekt. Momentan, wie gesagt. Die Wehrpflicht ist ganz nett, weil dann haben wir zumindest ein bisschen Soldaten. Gut. Legen wir die erstmal fest. Erstmal den Strom. Will ich es ziemlich bald haben, wie gesagt. Kostet uns zwar ziemlich viel Geld, aber bringt auch einiges an Wohnqualität und wir sind gerade wieder so ein bisschen im Minus, was mich gerade stört. Wir haben auch keinen Handeln mehr. Das ist nicht ganz so vorteilhaft, sage ich mal. Ich hätte gerne... Ja, wir können mal Fisch exportieren. Bringt uns leider nicht so viel, aber man kann es ja mal machen. Kohle können wir eigentlich auch noch exportieren. Momentan brauchen wir sie ja auch noch nicht. Kommt zumindest ein bisschen Geld rein, das ist ja schon mal was. Ach, guck mal, wir kriegen wieder ein bisschen Geld. Das ist doch perfekt. In unserem hauseigenen Tropico-Kabarett gibt es jede Menge Spaß, Leidenschaft, Tanz, Freude und schwerlich beleidete Damen. Eine Art Jolly Roger in Klein für alle Stadtbewohner. Schauen, dass ich noch so einen kleinen Plaza oder sowas hinbekomme. Kann man zwar nicht mehr in die Mission rein, aber das macht ja nichts. Dafür haben wir hier so einen kleinen Vorplatz. Das ist doch hübsch. So, die bessere Frage ist, was machen wir jetzt weiterhin? Erstmal eine Klinik wäre auch ganz nett auf jeden Fall. Eine Polizeiwache brauchen wir dann später auf jeden Fall noch. Klinik stelle ich jetzt mal hier neben die Bibliothek hin gerade. Und eine Polizeiwache brauchen wir auf jeden Fall auch. Ich weiß aber immer noch nicht genau, wo ich die hinbauen soll. Das ist immer ein bisschen doof. Weil die halt auch einen Einflussbereich hat. Aber ich glaube, hier hinten macht sie sich ganz gut. Eine zweite könnten wir uns gerade eh nicht leisten, weil wir schon wieder bei minus 4000 sind. Das ist immer ganz perfekt. Aber gut. Momentan läuft es ja noch. Wie gesagt, so schnell geht man hier Tropicon nicht pleite. Ich frage mich echt, ob es da ein Limit gibt. Wenn das jemand von euch schon mal erreicht hat, kann er das durchaus mal in die Kommentare schreiben, ob es da ein Limit gibt. Würde mich mal interessieren. Es gibt auch irgendwie keine Warnung oder so, wann man irgendwie hier pleite geht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das da geregelt wird. Man kann auf jeden Fall nichts mehr bauen, wenn man irgendwo bestimmt ein Prozentsatz im Minus ist, glaube ich. Also, wenn man im Minus ist, ganz leicht, dann kann man schon noch Sachen bauen. Aber wenn man zu stark im Minus ist, kann man auch nichts mehr bauen. Ein Gruß an die Polizei von Tropico, die in ein neues Gebäude umgezogen ist. Kommissar Mendes. Sie wissen, dass Sie jederzeit eine Leibesvisitation bei mir vornehmen können. Außerdem haben Sie Ihre Handschellen vergessen. Ich behalte Sie gern als Andenken, aber falls Sie sie brauchen sollten, kann ich auch Ihre Mütze nehmen. Ich will gar nicht wissen, was die so alles machen da. So, wir haben jetzt ein bisschen Sicherheitsgebiet geschaffen, wenn auch nicht sonderlich viel, aber immerhin. Gesundheitsversorgung ist jetzt schon am Limit. Das ist natürlich toll. Da müssen wir auf jeden Fall upgraden, wenn wir dann das Geld dafür mal haben. Momentan ist das leider nicht der Fall. Aber wir kriegen ja durch Schiffe jetzt gerade wieder was rein. Hoffe ich. Es ist alles ein bisschen doof. Ich brauche halt momentan so ein bisschen Geld. Das ist das große Problem hier an der Sache. 80% Zustimmung ist recht gut, auf jeden Fall. Ich bin zufrieden damit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir wieder 10.000. Ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Eine Kaserne brauchen wir dann früher oder später auch mal. Muss leider sein, weil sonst können wir uns überhaupt nicht wehren. Was auch nichts in der Sache ist. Erstmal bauen wir jetzt, glaube ich, eine Kirche. Die kommt hier oben hin. Ja, doch, die kommt hier oben hin. Weil hier haben wir eh schon zwei katholische Missionen. Da unten dürfte er also abgedeckt sein. Wobei ich denen auch mal ein bisschen höheres Budget gebe. Ich kann ja mal schauen, wie sieht es denn aus gerade. Sicherheit sind sie sehr zufrieden. Unterhaltung geht auch klar. Nahrung geht klar. Gesundheitsversorgung ist nicht gut. Wohnraum, da sind, also bei Religion, Wohnraum und der Gesundheitsversorgung sind noch so die Knackpunkte gerade. Religion haben wir gerade ein bisschen abgeschaffen. Wird Abhilfe geschaffen, sage ich mal. Und da brauchen wir erstmal Geld, damit wir den Krankentrakt erweitern können. Hier klingelt gerade wer, das ist ein bisschen suboptimal. Moment mal kurz. Ach so, ist nur die Nachbarin. Mein Fenster geht nämlich zur Haustür raus. Da kann ich mal schauen, da kann ich immer ein bisschen stalken, wer klingelt. Ist nur die Nachbarin. Aber meine Mutter ist ja da, die macht auf. So. Bin ich aus der Sache wieder raus. Jetzt hätte ich gern 5000, damit ich den Krankentrakt erweitern kann. Weil ihr seht ja hier, 99 von 100 ist nicht sonderlich gut. Und die Servicequalität muss auch höher. Also hier würde ich auf jeden Fall Geld ausgeben für die Klinik. Das Problem ist, wir krebsen gerade so ein bisschen am Schuldenlimit hier rum. Oder was heißt Schuldenlimit? Wir krebsen gerade so ein bisschen im Minus rum. Das ist nicht so das, was ich eigentlich möchte. Ich glaube, ich werde auch hier mal das Budget wieder ein bisschen reduzieren, weil das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. So, 5000. Gleich wieder raushauen. So, 15 Minuten sind rum. Wir sind im Minus, aber es läuft einigermaßen. Weltklorreiche Erfindung, Präsidente. Elektrizität. Eine Art geregelter Blitz, um es einfach auszudrücken. Und Sie können sie selbst erzeugen, indem Sie an einem Ballon reiben. Klingt fast so wie Furzgeräusche. Kraftwerk wurde freigeschaltet. Okay, ich mache jetzt aber eine Aufnahmepause. Die erste Aufnahmesession ist somit rum. Und ich würde sagen, man sieht sich morgen in der nächsten Auffolge. Mit euren Kommentaren dann auch. Und bis dahin. Servus. Bis zum nächsten Mal. . Musik . 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017